Also den Weg kann man sich sparen und da ist ein Obelisk. Ja, schaut's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Entschrouded. Wir haben ja das letzte Mal hier drüben schon was erkundet. Ähm, waren auf den Jasperinseln und jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was zum Reden. Almanach für Feldfrüchte. Flammenblut, ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge könnten wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor der Gefahr floh. Könntest du ihn mir bitte zurückbringen? Wunderbar, jetzt haben wir da jetzt quasi eine Erweiterung, den Almanach, den wir holen müssen. Was kriegen wir bei dir? Ein schwarzer Kessel. Ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in Flammen aufgegangen. Aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählt von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus den Nomaden anhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir könnten ihren schwarzen Kessel benutzen, um einen Alchemie-Tisch zu bauen. Emily Frey kann dir mehr dazu erzählen. Dann reden wir doch gleich mal mit ihr. Über Ikora. Ikora? Ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend, meint, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist, aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Brauen von Tränken geht. Sie hatte ihren Laden in rauen Blick. Ich würde gern mal ihre Arbeit bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. Okay, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen für den Kessel. Und was haben wir bei dir? Eine Gerberei-Station? Hör mal, ich muss eine Gerberei-Station bauen, um Fälle zu konservieren. Vielleicht hat ja jemand in den Nomaden anhöhen eine. Ich wette, das Konservieren von Fällen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher, ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben Jäger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerberei-Station. Kannst du dich mal umhören? Gut. Jetzt haben wir wieder drei Aufgaben bekommen. Ein schwarzer Kessel. Wir haben... Was ist das? Finde Handwerkszettel in den Hallen der Erloschenen. Achso, das ist so eine dauerhafte Quest, oder wie? Ähm, Schreinerei-Werkzeug müssen wir noch finden. Gab Gerberei-Station wird hier benötigt. Ähm, das Schreiner-Werkzeug. Das war doch, wenn ich mich recht entsinne, hier bei den Toren, äh, zu den Säulen der Schöpfung. Und da sind wir ja nicht durchgekommen. Weil hier tot. Ähm, und hier war ja auch noch eine Höhle. Ich würde jetzt sagen, wir machen das jetzt als nächstes. Dass wir uns dem mal anschließen. Ähm, weil, äh, wir ja jetzt durch dieses Miasma gehen könnten. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie wir hier am, am, am einfachsten rüberkommen. Wir gehen einfach hier vom Wiesenhof schnell nach oben. Hm, fast. Wasser, Fleisch, Nüsse. Hm, das war hier. Wo wieder ein Teilabschnitt der südlichen Karawanen war. Und wo wir dann hier unten durchgegangen sind. Und da oben waren auch irgendwo die Säulen der Schöpfung. Jetzt würde mich fragen, ob die Höhle da hinten, die wir ja auf dem Weg gefunden haben, ob die irgendwie eine Querverbindung hat. Zu den Säulen der Schöpfung. Weil das führt ja beides in den gleichen Berg. Aber ich schaue jetzt einfach mal tatsächlich da hinten rein. So. Und wenn nicht, dann muss ich mir halt nochmal den Weg zu den Säulen der Schöpfung bahnen. Aber wir sind hier bei den Säulen der Schöpfung. Deswegen denke ich da eben da dran. Weil das war hier hoch. Wo man kaum was sieht. Und dann hier rein, oder? Genau. Weil das ist hier auch so verziert, wie das, wo wir waren. Komm schon. Komm schon. So, hier haben wir noch mal einen Haufen Kupfer auf jeden Fall. Inneres Sanktum. Ja, brutal. Was gibt es hier Feines? Zinnbarren. Oha. Bin ich mal gespannt, wo wir noch mehr Zinn finden. Ein fossiler Knochenhammer gefunden. Das ist auch gut. Neue Theorien. Ich muss meine Studien überdenken. Meine Theorie nahm erst an, dass dieser Berg der Säulen der Schöpfung ein aktiver Vulkan sein. Der Abgrund vor Lava wäre ja wohl Beweis genug. Ich dachte, dass die Spitze während eines prähistorischen Ausbruchs aufgerissen worden sein muss und das Land, wie wir es kennen, geformt hat. Und diese selbstsame Struktur, nun ja, vielleicht ein Ort des Gebets und der Andacht vor langer Zeit von den Erbauern errichtet. Leider habe ich das alles nicht als erster entdeckt. Vor mir war schon eine andere Expedition hier. Ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Sie glauben, dass es sich um eine Art Tor handelt. Wirklich interessant. Ich werde meine Theorie anpassen. Gut, hier gab es Forschungen. Hier geht es nach oben. Da ist anscheinend irgendwie noch Ruinen in den Berg gehauen. Dann geht es da nach vorne. Gucken wir hier irgendwas. Seltsames Bauwerk. Hm, okay. Da scheint aktuell nichts zu funktionieren. Vielleicht kommt es ja noch. Hm, nochmal ein fossiler Knochen. Da ist nichts. Das schaut ja aus wie Schutt. Kriegt man hier dann fossile Knochen raus? Nein, Schutt. Und was ist das? Kalkstein. Sehr schön. Ist hier noch eine Truhe? Säurebiss. Hm, hallo. Oh, komm her. So. Jetzt habe ich wieder einen Co-Pilot. Jo. Hier ist ein Respawn-Punkt. Besseres Massen-Überlebens-Flash-Schlägen. Antiseptikum. Ja, Mensch. Wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet und kriegen hier ganz neue Sachen. Da lohnt sich das ja schon fast wieder die Dinger, alle platt zu hauen. Okay. Hier geht es irgendwie weg. Das ist ein Höhlen-Gang. Wir hatten recht. Wir haben recht. Wir sind hier... ...bei dem Tor zu den Säulen der Schöpfung. Bei dem wir erst da hinten waren. Und wir sind ja hier davor gestanden. Haben uns dann den Sonnenaufgang angeguckt, während ich dann abmoderiert habe. Und hier sind wir nicht durchgekommen, weil das Miasma noch tödlich war. Und jetzt können wir hier durch. Und hier ist ein Käfer-Nest. Hier ist ein Käfer. Hier sind Käfer. Mehrzahl. So. Dann geht es jetzt da nach oben. Okay, wow. Ganz einfach. Ganz einfach zum Überspringen. Okay, das Licht geht hier an. Wow. Okay, da hinten geht es nicht lang. Hier ist eine Truhe. Ritter-Handschuhe. Ja, hallo. Jetzt werden wir vom Krieger zum Ritter, oder was? Ja, voll. Nehmen wir gleich mit. So. Wow. Okay. Bust. Da drüben ist eine Truhe. Kann ich das freihauen? Wie ist hier Halt. Es geht. Und es hat sich nicht wirklich gelohnt. Okay. Da oben ist noch was. Okay. Hier ist eine Kletterpartie. Bust. Ich höre es schon wieder flattern. Da oben ist ein Haken. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Jetzt gibt es nochmal kurz eine Brotzeit. Okay, da oben sind zwei. Einen Hirtenstab haben wir noch gefunden. Oha. Zwei. 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 So. Okay, da geht es nicht rein. Aber da drüben ist der Haken. Das ist so praktisch. Okay, da hätten wir es auch nochmal gesehen. Den Schalter. Pfeile, Tränke, nehmen wir alles. Jetzt muss ich noch einen zweiten Schalter finden, oder was? Wo war der hier? Wo war der hier? Nein. Hier sind wir nochmal zurückgegangen. Hier ist er. Hier ist er. Ähm, was nehmen wir denn für einen Brotzeitkombustier? Ähm, was nehmen wir denn für einen Brotzeitkombustier? Nö. Hier ist er. Hier ist ein Obelisk. Hier ist ein Obelisk. Hier ist ein Obelisk. Das ist ein Obelisk. Eine Tür, die vom Flammengeküsten geöffnet werden soll. Der hellste Funke wird den Weg des Feuers beschreiten und erleuchten, was sich im Schatten verbirgt. Die Sterne dürfen niemals erlöschen, die Sonne niemals finster werden und über allem wird sich ein Vermächtnis erheben, das auf ewig Bestand hat. Also Flammengeküsstes könnten wir sein. Okay, da ist eine Höhle und hier geht's noch hoch und das Standort oben finden wir jetzt da oben das Tischler-Werkzeug, Schreiner-Werkzeug. Bla. Hier sind wieder Zelte im Forschungslager. Bronzebarren haben wir entdeckt. Lesen Das berühmte Drachenschwert. Ich vertraue meinem wissenschaftlichen Instinkt, aber damit bin ich wohl die Einzige. Die anderen glauben nicht daran, dass es das Drachenschwert wirklich gibt. Sie halten es nur für eine Fabel aus einer vergangenen Zeit. Aber die Existenz echter Drachen würde den Ursprung unserer großen, versteinerten Knochenvorkommen erklären und könnte die Lücken in der Drachengeierabstammung füllen. Wenn ich das Drachenschwert finden und aus seiner vergessenen Höhle bergen würde, könnte ich meine Theorien festigen. Bis dahin würde ich zum Gespött meiner Kollegen werden, wenn ich meine wahre These verrate. Okay. Aber das Drachenschwert holen wir uns, wenn es das irgendwo gibt. Da haben wir nochmal ein Antiseptikum. Da hinten ist noch eine Truhe. Ja, ich habe schon gesehen, dass es da drüben leuchtet. So. Alles, was wir brauchen können, nehmen wir direkt mit. Lichtexplosion. Gebet der Flammeschriftflorolle. Sehr schön. Da haben wir nochmal ein paar Barren. Und noch mehr Barren. So lesen. Ich habe es völlig vermasselt. Dieses seltsame Bauwerk. Wir wissen nicht, wozu es dient. Caspian, dieser Idiot, hat uns nach unserem Fortschritt gefragt. Ich stammelte nur vor mich hin und habe mir dann einfach etwas ausgedacht. Sagte, es sei ein Tor zu den Sternen, dass die Erbauer damit einen Pfad gen Himmel öffnen wollten. Angetrieben von der Energie des Feuers. Und ich glaube, er hat es das geschluckt. Ich möchte nicht, dass Caspian etwas vor uns herausfindet. Ich habe mir seine Steinmetz-Werkzeuge geschnappt und sie in unser Lager versteckt. Wenn Lorraine Grimm hier wäre, würde sie mich dafür schwer verurteilen. Aber, nun ja. Wahrscheinlich ist sie mit dem Damm beschäftigt. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch das Schreinerwerkzeug, das sie irgendwie hier hochgebracht hat. Kann das hier noch sein? Da hinten leuchtet es, klar. Nicht Held. Schreinerwerkzeug. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt seit dem Punkt abgehakt. Geht es da hinten noch weiter? Dann schauen wir da noch kurz. Da oben ist nochmal ein Kran. Da geht es raus. Und da geht es auch raus. Aber mit Fledermäusen. Na gut. Schauen wir hier noch kurz raus. Dann reisen wir zurück. Und dann können wir direkt das Schreinerwerkzeug platzieren. So. Sehr schön. Ja, komm schon. Du auch? Komm her. So. Sehr schön. Jetzt sind wir hier oben. Überhalb. Überhalb von den Säulen der Erde. Da kommen wir her. Und wir sind jetzt da oben auf diesem Aufbau. Genau. Hier sind wir jetzt. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir wieder ein bisschen neue Story erlebt. Haben nochmal ein bisschen was erfahren. Haben wir jetzt dank unseren neuen Stiefeln Hochwasserhosen an. Für schlechte Zeiten. So. Schreinerwerkzeug R. Du hast Schreinerwerkzeug für mich. Perfekt. Lege es in der Nähe ab, damit ich mit der Arbeit beginnen kann. Okay. Jägerin aus den Nomaden anhöhen. Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morvena kannte diese furchterregende Jägerin. Groß wie ein Berg. Lupa wurde sie genannt. Sie rang mit Fuka, zähmte Drachen und drang auch gern mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante, Dwin die Ältere, im Vollrausch verprügelt. Pah. Dafür kam sie in den Rabenblick Bergfried. Soweit ich weiß, hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt. Okay, jetzt haben wir für die Gelbereistation einen Anhaltspunkt. Und jetzt brauchen wir das Schreinerwerkzeug. Wie rum machen wir? So rum oder so rum? Mir gefällt es so rum besser. Tada. Schreinerwerkzeug nicht. Sehr schön. Jetzt haben wir das Schreinerwerkzeug. Und jetzt können wir uns einen Wasserbrunnen machen, wenn ich wüsste, wo wir uns Holzeimer machen. Da brauchen wir nur noch Kohle. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt hat Hammer eine Sache abgehakt. Jetzt ist der nächste Schritt, dass ich mir schnell ein paar Brunnen mache und die draußen platziere. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge haben wir wieder mannigfaltige Möglichkeiten. Wir haben hier unten noch Drachenhöhle, Gerbereistation benötigt. Also das ist alles von hier oben ausgehend, sozusagen. Könnten wir uns noch anschauen. Hier unten haben wir auch noch Fragezeichen von der Niederauenwarte aus. Könnten wir uns auch anschauen. Mal gucken, wofür wir uns entscheiden. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf und ciao. Ciao. Passt auf euch auf.